Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge der Chefsache Business Lounge. Die Volkswirtschaften spielen weltweit verrückt. Erst kürzlich titelte die Zeitung Welt, dass die Handelskriege zum größten Wohlstandsvernichter des Jahrhunderts werden könnte. Also, allerhöchste Zeit, um über dieses Thema zu sprechen und vielmehr, welchen Einfluss die Handelskriege auf die heimische Wirtschaft haben können. Und das sind meine Gäste. Als Wirtschaftsexperte der Sendung kennen Sie ihn bereits. Er ist Jurist und Unternehmer und hat hier in Lindau seine Wirtschaftskanzlei gegründet. Herzlich willkommen, Karl-Christian Bayer. Ihr Applaus. Vielen Dank. Und bei uns ist Alexander Kulitz. Er ist FDP-Abgeordneter und sitzt im Bundestag. Als Experte für den Außenhandel beschäftigt er sich natürlich auch mit dem Handelskrieg zwischen USA und China. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Karl-Heinz. Zu Beginn wollen wir erstmal einen kleinen Rückblick wagen. Am Anfang ging es los mit einem Handelsstreit zwischen China und den Vereinigten Staaten. Das Ganze hat sich zu einem waschechten Handelskrieg entwickelt. Hier der Rückblick. America first. Trump erhöht die Zölle auf ausländische Waren, um die eigene Wirtschaft zu schützen. Es trifft zunächst China, das sich seit Jahren unfair verhält, so Trump. März 2018. Erste Zollerhöhung gegen chinesische Waren treten in Kraft. Juni 2018. Jetzt trifft es Europa. Trump erhöht die Zölle auf europäischen Stahl und Aluminium. Europa erhöht daraufhin die Zölle auf US-Produkte wie Whisky, Erdnussbutter, Motorräder, Jeans und Tabak. Juli 2018. Der Handelskrieg mit China beginnt. 818 Produkte aus dem Hightech-Bereich, Autos und Flugzeugteile sind betroffen. China erhebt deshalb höhere Zölle auf amerikanische landwirtschaftliche Produkte. September 2018. Trump legt nach und erhöht erneut die Zölle auf chinesische Waren. China droht. Amerikanische iPhones hätten es bald schwer und Boeing-Aufträge könnten gegen Airbus getauscht werden. November 2018. Zittern für die deutsche Autoindustrie. Trump bringt höhere Einfuhrzölle auf deutsche Autos ins Spiel. Dezember 2018. Deutsche Automanager reisen ins Weiße Haus, um das Schlimmste zu verhindern. Dezember 2018. G20-Gipfel in Argentinien. China und die USA lassen den Streit ruhen. Für 90 Tage herrscht Waffenstillstand. Januar 2019. Trump reist nach Peking. China hebt Strafzölle gegen Sojabohnen und US-Autos auf. Bis zum 1. März haben beide Seiten jetzt Zeit, das Zollkriegsbeil zu begraben. Tja, noch können wir es nicht abschätzen. Wir haben jetzt Ende Februar und in wenigen Tagen läuft offiziell sozusagen die Frist ab. Sie sind Außenhandelsexperte. Herr Kulitz, wie ist jetzt gerade die Stimmung in Berlin? Was glaubt man, in welche Richtung es geht? Also in Berlin tun wir uns auch schwer, die Situation einzuschätzen. Ich glaube, wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten. Das Schlimmste dahin gehen, dass wir nicht davon ausgehen dürfen, dass es zu einer Einigung kommt in den wenigen verbleibenden Tagen, die dazu führen würde, dass beide Seiten sich hier zur Raison zurückbegeben und den Streit beenden. Was macht denn Deutschland eigentlich bei der ganzen Geschichte? Ihr habt das Gefühl, wir sind eher so der Zaungast. Das ist leider wahr. Was macht Deutschland bei der ganzen Geschichte? Zum einen muss man dazu vielleicht sagen, Handel ist natürlich in erster Linie europäisch organisiert. Frau Malmström ist unsere Kommissarin und wir haben uns im Zuge der EU darauf geeinigt, dass die Handelsthemen europäisch gelöst werden. Allerdings, und das empflichtet uns überhaupt nicht in Deutschland, gerade wir in Deutschland als Exportnation sollten ein ganz besonderes Interesse haben. Und wir sollten auch ganz anders in Europa mit Frau Malmström zusammen für unsere eigenen Interessen einstehen und kämpfen, weil wir in Deutschland andere Interessen haben als viele andere europäische Länder, die andere Wirtschaftsstrukturen haben. Und wenn Sie mich da fragen, was tut da Deutschland, dann finde ich es eigentlich schon fast verheerend, dass aus meiner Sicht bis heute keine wirklich konsistente Außenhandelsstrategie der Bundesregierung vorliegt, wo wir sagen, die und die Punkte, die wollen wir wirklich in Europa jetzt nach außen tragen. Und das sind unsere Interessen, die wir auch in der Außenpolitik verfolgen. Da fehlt es mir einfach einer Strategie. Da tun wir zu wenig, viel zu wenig. Welche Relevanz hat denn momentan die Situation, die wir zwischen China und den Vereinigten Staaten sehen, für die Wirtschaft in Deutschland? Ja, ich glaube, man muss beide Effekte getrennt voneinander betrachten. Also wir sind sicher mittelbar betroffen von dem Konflikt zwischen USA und China, weil das letztendlich auch in unseren Wirtschaftsinteressen, was die beiden Exportmärkte angeht, massive Konsequenzen nach sich zieht und unsere unternehmerischen Interessen in beiden Absatzmärkten betrifft. Direkt betroffen sind wir sicher noch stärker in dem Konflikt zwischen den USA und Europa. Und es ist in Teilen unverständlich, warum beide Konflikte zum gleichen Zeitpunkt entstehen. Und ich glaube, gerade auch in diesem dualen Handling beider Konflikte tun wir uns nochmal zusätzlich schwerer. Was war denn jetzt der eigentliche Ursprung der ganzen Geschichte? Wenn man von Trump immer wieder hört, egal mit welchem Land, es geht im Prinzip ihm immer um diese sogenannten Handelsdefizite. Also sprich, mehr Kohle geht raus, als reinkommt. Ist es das? Präsident Trump ist für uns sowieso eine sehr schwierige Figur auch in der Außenpolitik. Nicht nur für Sie. Nicht nur für uns. Und sicherlich für Trump spielt das eine Riesenrolle, diese Defizitgeschichte. Er sieht die Sache manchmal auch aus unserer Sicht etwas kurz. Also es geht nicht immer nur um die Betrachtung einzelner Handelsdefizite und Handelsbilanzüberschüsse. Das ist ein bisschen kurz, eine sehr verkürzte Sicht auf die Dinge. Allerdings, und da gebe ich Ihnen absolut recht, das ist natürlich für uns auch ein bisschen eine schwierige Frage. Es sind ja keine neuen Themen, die jetzt hier auf dem Tisch sind. Viele US-Präsidenten vorher hatten auch schon viele Dinge größtenteils auch zu Recht angemahnt. Die Art allerdings, wie der neue US-Präsident diese Dinge forciert und auch die Handelskriege im Prinzip vom Zaun bricht, weil das kann man fast schon so nennen, die ist schon bedrückend, weil das heutige Thema ist, wer gewinnt den Handelskrieg? Keiner. Man kann einen Handelskrieg nicht gewinnen. Das verlieren alle dabei. Auch die USA, auch China und auch wir kommen unter die Räder. Wenn wir den Aufhänger nochmal mit diesen Handelsdefiziten nehmen, gibt es denn zumindest theoretisch die Möglichkeit, dass man einen ausgeglichenen Handel betreiben könnte zwischen Ländern? Oder gibt es immer ein Defizit, je nachdem, welche Waren hin und her verkauft werden? In dem idealen Perpetuum mobile gibt es sicher die Möglichkeit, auch die Ströme so auszusteuern, dass sie sich theoretisch zumindest in einem Ausgleich bewegen. Jetzt reden wir aber von zigtausenden von Produkten, die in unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen transferiert werden, sodass es extrem schwierig ist, hier eine Ausbalanierung herbeizuführen. Zumal wir ja auch sehr stark unterschiedliche Entwicklungsinteressen haben. Also wir haben einerseits Grundversorgungsthemen in der landwirtschaftlichen Grundversorgung, wo Weizen, Sojabohnen oder Ähnliches einen Teil auch des Bedarfs im jeweiligen Nehmerland schlicht abbilden. Das ist nicht disponibel. Wir haben das Gleiche auch bei anderen Rohstoffen wie Ölen etc. Gleichzeitig haben wir viele Vorprodukte in der Wertschöpfungskette, die transferiert werden und dann in dem jeweiligen Nehmerstaat erst zum Endprodukt konfiguriert werden und dort den höchsten Teil der Wertschöpfung haben. Insofern ist es extrem schwierig, einerseits vom Volumen, andererseits auch vom Anteil oder von dem Element innerhalb der Wertschöpfungskette, hier eine Gerechtigkeit oder einen Ausgleich herbeizuführen. Erstaunlich ist ja doch, dass mit einer gewissen Taktik vorgegangen wird. Es werden bestimmte Produkte sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite herausgepickt. Ob das einer bestimmten Logik folgt und vor allen Dingen, was wir in der Wirtschaft, in Europa davon ableiten können, darüber möchten wir gleich unter anderem sprechen. Vielen Dank. Danke dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei der Chefsache Business Lounge. Wir sprechen unter anderem über den Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China, natürlich, weil auch wir in Deutschland und der EU davon betroffen sein können. Wenn wir jetzt mal über die Taktik sprechen, die Trump anwendet, ist da eine Methode zu erkennen, dass er sehr gezielt bestimmte Produkte herauspickt, die dem Gegenüber China besonders wehtun? Man muss dazu natürlich sagen, dass in einer globalen Welt die Abhängigkeiten da sind und kein Land würde einfach willkürlich drauf losballern, wenn es um diese entsprechenden Zölle oder entsprechenden Handelshemmnisse geht. Natürlich ist da eine Strategie dahinter. Und das Problem ist ja auch, dass wir gewisse Phasen in diesem Handelskrieg erleben. Und derzeit befinden wir uns, schön gesagt, in der Waffenruhe, in den 90 Tagen, die auch Trump im Prinzip den Chinesen Ultimatum gesetzt hat. Danach droht er aber bereits an, wirklich willkürlich zu schießen. Das heißt, da geht es dann wirklich um eine Erhöhung. In einem nie dagewesenen Maß, da werden Produkte in jeglicher Form belegt, entsprechend mit entsprechenden Strafzöllen. Da kann ich dann nicht mehr davon reden, dass selektiv gewisse Dinge rausgepickt werden. Bisher war das sicherlich der Fall. Und auch wir agieren in Europa so, wenn wir, Sie hatten es vorhin erwähnt, gewisse Produkte mit Zöllen belegen, also gerade Whisky oder Harley-Davidson. Das sind jetzt nicht die Standardprodukte, die jetzt unbedingt den Handel ausmachen würden mit USA, ganz im Gegenteil. Aber das sind Produkte, wo wir davon ausgehen, es könnte Präsident Trump etwas wehtun, weil es gerade in der Zeit, als es noch um die Midterm-Elections ging, um Staaten ging, wo Firmen ansässig sind, eben besagte Firmen, die vielleicht unsere Hoffnung dann auch noch Druck aufbauen können, indem sie einfach auch aufzeigen, zu was diese Handelskonflikte führen. Nämlich am Ende auch zu Verlusten bei Arbeitsplätzen, zu fehlenden Strukturen. Das belastet beide Seiten. Es ist nie eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win das insbesondere im Mittleren Westen, also in den Staaten, die gerade angesprochen waren, nicht so unglaublich stark ausgeprägt ist und einer per se großen, auf Innenpolitik ausgerichteten Interesse und Interessenlagen der Bevölkerung. Also die Themen, die er anspricht, die er angesprochen hat in seinem Präsidentschaftswahlkampf, nämlich Arbeitsplatzsicherung oder Kampf der Arbeitslosigkeit, die Menschen mit Steuergeschenken irgendwie gefügig zu machen, funktioniert ja in seiner Wählerschaft komplett und man sieht in den Ostküstenstaaten, dort wo eigentlich auch so das Bildungsbürgertum und das von ihm so bekämpfte Establishment sich positioniert, sowohl in den Verwaltungen als auch in den Medien, dort hat er seine größten Widersacher und dort ist der Blick außerhalb von Amerika nach Europa, nach China ein ganz anderer als im Mittleren Westen, wo das überhaupt kein Thema ist, wo alles nur als Bedrohung wahrgenommen wird. Es gibt aber auch durchaus Stimmen, Herr Kulitz, die sagen, das, was da jetzt gerade passiert, das macht unterm Strich durchaus Sinn, dass du ein System störst, das irgendwie eingefahren ist, manche sprechen von einem Establishment, wie auch immer, sprich, du ärgerst das Gegenüber, veränderst deine Handlungsposition und stehst am Ende wahrscheinlich immer besser da als vorher. Ist das so? So haben wir Präsident Trump kennengelernt. Er nützt nicht die klassischen diplomatischen Wege, wie wir es in der Vergangenheit kannten, sondern er agiert eher, wie wir es durchaus auch aus dem Unternehmertum kennen, indem er Druck aufbaut, unglaublichen Druck aufbaut, den er auch als größte Wirtschaftsmacht der Welt aufbauen kann, um dann im Zweifel auch entgegenzukommen oder nachzugeben. Das Problem ist allerdings, dass wir in der Diplomatie eigentlich es gewohnt sind, anders zu handeln. Und man muss schon sehen, wir reden hier interkulturell über verschiedene Kulturkreise hinweg. Und ob er immer darauf wetten darf, dass diese seine Strategie auch von dem Gegner erkannt wird und auch richtig eingeschätzt wird, das halte ich für sehr, sehr zweifelhaft. Und wir reden jetzt von Handelspolitik. Es geht bei Trump aber auch um weit mehr. Es geht um Außen- und Sicherheitspolitik und um Themen, wo einem schon als Mitglied im Auswärtigen Ausschuss manchmal Angst werden kann, in der Hoffnung, dass alle verstehen, was Trump hier macht und keiner hier nervös wird oder anfängt, andere Maßnahmen dann auch zu ergreifen. Das ist schon manchmal beängstigend. Stichwort Diplomatie. Welche Rolle spielen jetzt die Deutschen? Haben sie überhaupt eine Chance, auf Trump einzuwirken und zu sagen, du pass mal auf, was da jetzt hier gerade läuft zwischen dir und China, das kann vor allen Dingen nicht nur dir wehtun, sondern uns vor allen Dingen in Europa. Sprich, wenn wir hier an den ganzen Mittelstand denken. Also ich glaube, mit der Argumentation, das wird vor allem uns in Europa wehtun, das wird Trump überhaupt nicht interessieren. Haben Sie einen Zugang überhaupt? Wir haben keinen wirklichen Zugang, so wie wir ihn uns wünschen ins Weiße Haus. Es war sicherlich bei den Vorgängerpräsidenten sehr viel einfacher und besser. Sicherlich auch daher, dass wir wirklich mit unserem wichtigsten Partner, dem transatlantischen Partner der USA, sehr enge Verbindungen immer gepflegt haben. Aber eben diese Mittelsmänner, die Administration, auch die unteren Ebenen, mit denen wir gewohnt waren, sehr engen Kontakt zu haben, die gibt es nicht mehr. Und Trump hat natürlich seine Leute und vor allem seine Berater mit ins Haus geholt. Und wie man ihn erlebt, tauscht die auch sehr gerne mit ihm aus, wenn sie nicht in seinem Interesse mehr sind. Und dadurch tun wir uns schwer. Das heißt, wir haben unsere Strategie schon auch geändert und reden heute mehr mit der zweiten und dritten Ebene, gehen also mehr auf die Gouverneure zu, gehen mehr in die Staaten. Was sicherlich auch kein Fehler ist. Das hätten wir früher vielleicht auch schon mehr tun sollen. Allerdings wäre es schon wünschenswert, dass wir wieder die Beziehung zum Weißen Haus so aufbauen, wie es sich auch gehört, mit unserem nach wie vor wichtigsten Partner, den wir haben in dieser Welt. Und das ist die USA, also Europäer, das ist die transatlantische Partnerschaft. Und da sollten wir weiter dran bauen, so schwer das auch gerade ist mit dem Weißen Haus. Wenn wir jetzt mal die beiden Volkswirtschaften vergleichen, Amerika auf der einen Seite, China auf der anderen Seite, da besteht doch an sich doch schon ein recht großes Ungleichgewicht. Kratzt das überhaupt die Chinesen, was ein Trump sagt? Naja, Chinesen sind der größte Gläubiger von den USA. Ja, insofern haben sie natürlich auch nicht nur dieses gemeinsame Streben um eine gewisse Vormachtstellung, sondern durchaus auch wirtschaftliche Interessen, die die Chinesen wahrscheinlich mehr sogar noch zum Einlenken bewegen könnten, als die reine Frage, kann ich mit den Exportbeschränkungen jetzt in irgendeiner Form noch sinnvoll wirtschaften. Ich muss nochmal nachfragen, warum genau sollten die Chinesen einlenken? Also der amerikanische Staat ist massiv verschuldet bei der Volksrepublik China und damit hat die Volksrepublik China ein hohes wirtschaftliches Interesse darin, dass Amerika seinem Schuldendienst gerecht wird. Also die Wirtschaft erdrosseln kann nicht im Interesse von China sein. Das heißt also, die Chinesen haben im Prinzip alle Zügel in der Hand und können Trump zwingen, aber Trump wird jetzt nicht so einer sein, der einfach kampflos hier das Tuch wirft. Was wird im Hintergrund passieren? Was könnte ein Lösungs-Szenario sein, dass beide Seiten mit erhobenen Haut rauskommen? Das liegt ja im Interesse aller. Bei fast allen diesen Verhandlungen in der Politik grundsätzlich ist das Zauberwort der Kompromiss. Und den zu finden, den müsste man aber auch bereit sein einzugehen. Und das trauen wir derzeit eigentlich Trump schon mal gar nicht wirklich zu. Und auch die Chinesen haben ganz klare eigene Interessen, die sie nicht einfach über Bord werfen werden, nur aus gewissen Konstellationen raus. Und in der Tat, China ist der größte Gläubiger. Die haben unglaublich viele Devisen in Amerika. Die Krux an der ganzen Geschichte ist allerdings auch, dass wenn ich verschuldet bin oder wenn ein Land verschuldet ist, dass wir hier eine Thematik haben, sie sind verschuldet im Dollar. Und das ist natürlich eine Sache, die wir so auch nicht kennen. Das heißt, die einzigen, die Dollars produzieren können, ist die USA. Die USA hat zwar höllisch Angst vor einer Inflation oder Deflation, wie Sie es schon mal kannten. Trotzdem ist natürlich die USA diejenigen, die, wenn sie die Druckerpresse anwerfen, plötzlich die chinesischen Schulden abbauen, weil automatisch die Devisen weniger wert sind. Also auch diese Gefahr kennt China und auch da sehen wir natürlich die chinesischen Strategien, die natürlich unglaublich aggressiv auch sind in der Wirtschaftspolitik teilweise. Ich möchte nur erwähnen One Belt One Road, sprich die neue Seidenstraße, 16 plus One, ganz schwierig für uns in Europa, aber auch 2025, diese verschiedenen Strategien, die wir aus China kennen in der Handelspolitik, wo wir schon auch sehen, dass hier auch amerikanisches Geld genutzt wird, um diese Strategien zu bezahlen. Also sprich die Devisen, die die Chinesen von Amerika haben. Und auch aus Europa können wir bisweilen hören, dass das, was der da jetzt gerade mit den Chinesen macht, vielleicht gar nicht so schlecht ist. Sie sprechen von der aggressiven chinesischen Wirtschaftspolitik, die auch bisweilen den einen oder anderen Mittelständler und auch größere Unternehmen, die mit China Geschäfte machen und gemacht haben, in die Knie gezwungen hat. Darüber möchten wir gleich unter anderem sprechen. Auch welche Rolle die EU möglicherweise haben kann und was macht eigentlich Russland? Gleich mehr dazu. Liebe Zuschauer, wieder bei der Chefsache Business Lounge. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei der Chefsache Business Lounge. Wir unterhalten uns heute unter anderem über den Handelskrieg zwischen den USA und China. In wenigen Tagen läuft eine Frist ab. Gehen wir mal das schlimmste Szenario durch. Gehen wir mal davon aus, die beiden werden sich nicht einig. Und es werden Zölle, nahezu auf alle Produkte erhoben. Was passiert mit der Wirtschaft in Deutschland, in Europa? Es gibt vom Deutschen Wirtschaftsinstitut vier Szenarien, die bereits im Dezember mal erstellt worden sind, wo diese Worst-Case-Szenarien auch aufgestellt werden und was das auch an Wohlstandsverluste international kosten würde. Natürlich würden gerade auch wir in Deutschland als Exportnationen massiv unter die Räder geraten, wenn es eskaliert, wenn dieser Handelskrieg eskalieren würde zwischen den beiden Staaten. Das Problem ist natürlich auch, dass die USA durchaus in vielen Punkten schon auch ein Stück Recht hat. Der Punkt ist, Level-Playing-Field im chinesischen Wirtschaftsbereich hatten wir nie. Das heißt, was kannst du sagen? Wir hatten gewisse Möglichkeiten, hatten deutsche Investoren noch nie in China. Das heißt, wir haben deutsche Unternehmen, auch Mittelständler, denen geht es unglaublich gut in China. Die verdienen mehr Geld als sonst irgendwo. Wir sind abhängig in der Automobilindustrie, auch vom chinesischen Markt, muss man ganz klar sagen. Wir erleben aber auch immer mehr, dass Mittelständler, die in China aktiv sind, die auch gutes Geld verdient haben, heute immer mehr Schwierigkeiten haben, weil halt chinesische Wettbewerber da sind und der chinesische Staat es ihnen nicht einfach macht. Es gibt Zwänge, wie zum Beispiel ein Joint-Venture-Zwang, der nach wie vor besteht, oder auch diese Zellen, die durch den chinesischen Staat auch in deutschen Firmen vor Ort platziert werden. Das sind alles auch Dinge, die auch die USA beklagen. Neben dem Thema die IP-Rechte, also die Intellectual Property Rights, Kopierschutz und solche Themen. Und natürlich die Handelsüberschüsse, das ist genau das, was Trump immer unglaublich ärgert. Aber ich glaube, wenn man jetzt hingeht und mal schaut, wie das Ganze vom Zaun gebrochen worden ist, da trägt die USA eine unglaubliche Mitschuld. Und unsere Befürchtung in Deutschland oder gerade von uns auch als Außenhandelspolitiker ist, wenn die USA weiterhin diesen Stil fährt, dass sie auch mit Sekundärsanktionen Unternehmen belegt, die gar nicht unter die amerikanische Jurisdiktion fallen. Das heißt, wir haben es im Iran erlebt. Wir sagen, der Vertrag ist in Ordnung. Deutsche Firmen sollen nach wie vor mit dem Iran handeln dürfen. Die USA sagt, nein. Wenn eine Firma mit dem Iran handelt, darf sie in den USA kein Geschäft mehr machen. Das Gleiche haben wir jetzt gerade schon erlebt mit Nord Stream 2, dass Firmen, die Nord Stream 2 bedienen, das ist eine Pipeline, Gas- und Ölpipeline, die durch Russland geht, dass die das bedienen, dass die in den USA Probleme bekommen können. Grinnell, der Botschafter, hat da Briefe geschrieben an die entsprechenden Firmen. Wenn eine ähnliche Politik mit China nachgefahren werden sollte, das heißt, die USA sagt, alle deutschen Firmen, die mit China im Worst Case, die mit China handeln, werden in den USA sanktioniert und brauchen in den USA nicht mehr anklopfen. Dann kriegen wir natürlich ein Riesenproblem, weil man muss wissen, China ist unser größter Handelspartner außerhalb der EU und gleich danach kommt Amerika. Und zwar wirklich direkt danach als einer unserer wichtigsten Partner. Es gibt ein Sprichwort, das da heißt, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ist überhaupt ein solches Szenario denkbar? Denkbar, dass beispielsweise das auch eine ganz große Chance sein kann für die Europäische Union, dass sie aus dem Quark kommt und dass sie sich positioniert in der weltweiten Volkswirtschaft? Es könnte tatsächlich eine Chance sein, dass zumindest die Bindungsbereitschaft der europäischen Mitgliedstaaten steigt, wenn man gemeinsame Interessenlagen entwickeln könnte. Ich habe da ein bisschen Zweifel, weil die Interessen dann doch wieder divergieren. Wir haben durch die hohe Exportquote sicher mehr Interesse daran, unsere Produkte weiter in den Absatzmärkten USA und China platzieren zu können als andere Staaten, die davon nicht so stark profitieren. Sodass ich nicht glaube, dass wir uns so einfach tun, in der Europäischen Union einen gemeinsamen Weg zu finden. Und auch die vorhin angesprochenen Reaktionen der Europäischen Union waren ja sehr plakativ. Also Harley-Davidson, Whisky, das sind so… Man will jetzt auch ein bisschen Trumpen, hat man den Eindruck. Ja genau, das war so auch neben der Frage, wo wirkt es in den USA, schon auch ein bisschen die typischen US-Produkte herausgegriffen mit Jeans, Harley-Davidson und Whisky. Das hat ehrlich gesagt bei mir eher den Eindruck hinterlassen einer gewissen Hilflosigkeit, weil man doch so ein bisschen zu vordergründig agiert hat und wenig inhaltliche Argumente nachgeschoben hat. Es sieht auch sehr stark nach Symbolpolitik aus, muss man auch sagen. Und in dem ganzen Spiel kriegt man relativ wenig momentan von den Russen mit. Warum denn eigentlich? Mit Russland haben wir dermaßen viele eigene Konflikte und Konfliktsituationen. Ich möchte nur die Ukraine, das Assovsche Meer, Donbassk und natürlich nach wie vor die Grim erwähnen. Die Sanktionspolitik gegenüber Russland, wir würden gerne da auch rangehen. Man muss wissen, es sind ja nur fünf Punkte, die von europäischer Seite sanktioniert sind. Und die Gegenmaßnahmen der Russen, also gerade Agrar und so weiter, die tun uns schon auch weh. Es hat sich irgendwie eingependelt, aber es wäre schön, da mal weiterzukommen. Dazu wäre aber auch erstmal ein erster Schritt notwendig, dass auch Putin da auch mal auf uns zukommt. Aber anstatt, dass da wirklich sich was bewegt, wird es eigentlich nur schlimmer. Diese ganze Krise im Assovischen Meer kann eigentlich nur zu Kopfschütteln führen. Ich meine zwei Kriegsschiffe aus der Ukraine gegen 40 aus Russland und dann nachher zu behaupten, es sei eine Provokation der Ukraine gewesen, dann muss ich halt sagen, dann lasst euch doch nicht so provozieren. Wenn ihr ernsthaft daran arbeiten wollt, zur Normalität zurückzukommen, dann braucht sich Russland da nicht provozieren lassen von zwei Kriegsschiffchen. Lassen Sie uns zum Ende dieser Sendung vielleicht noch eine Einschätzung geben, rein praktisch für die Wirtschaft in Deutschland. Die Handelskriege sind am Laufen. Und wie muss sich denn ein Mittelständler, ein Unternehmen in Deutschland jetzt positionieren, wenn ich jetzt beispielsweise mit China, mit USA und so weiter meine Geschäfte mache, erstmal stillhalten, diversifizieren, Produktionsstätten aufbauen. Was ist der richtige Ansatz? Sie sind ja auch aus einer Unternehmerfamilie. Ganz klar, wir sind genauso betroffen. Also unser Standort vom Familienunternehmen ist in North Carolina, in Charlotte. Das Problem ist die Unsicherheit. Dadurch, dass wir eben keine verlässliche Prognose haben oder wissen, wo das alles hinführt, ist es für uns gerade im Mittelstand unglaublich schwierig, hier Dispositionen zu machen oder auch zu überlegen, wo wir investieren, wie wir überhaupt uns verhalten sollen. Und natürlich müssen wir als vernünftige Unternehmer auch immer die Worst-Case-Szenarien im Kopf haben und im Zweifel einen Plan B in der Schublade. Das muss schon sein. Aber ich glaube, wenn ich jetzt zu sehr hier schwarzmalen würde oder darauf fokussiere, dann mache ich mein Geschäft auch kaputt. Und man muss schon sagen, die USA durch Trump, der die Steuern auch gesenkt hat, der erstmal die Wirtschaft angekurbelt hat und angeheizt hat, ohne Ende, ist ein unglaublich interessanter Markt, auch wieder für unseren Mittelstand geworden. Dadurch, jetzt bleibt zu hoffen, dass es eine Einigung gibt, dass wir also nicht hier in einen Handelskrieg reinkommen. Sollte das der Fall sein, macht es natürlich Sinn, für deutsche Unternehmen zu überlegen, ob nicht gewisse Wertschöpfungsketten dann auch in den USA stattfinden sollten, wenn man sich nicht gänzlich aus dem Markt dann verabschieden muss, weil einfach es dann nicht mehr möglich sein wird, richtig zu wirtschaften, wenn mal die Barrieren hochgefahren werden aus den USA. Dann wird es schwierig für uns. Herr Bayer, kurzes Fazit zum Ende der Sendung. Perspektive. Ob ich pessimistisch, optimistisch oder was auch immer bin. Wird schwer. Ja, wird schwer. Bisher waren Handelskriege in den letzten Jahren ja auf Branchen fokussiert. Wir haben es in der Solarindustrie ja erlebt mit negativen Ausgang. Da waren es Anti-Dumping-Zölle, die eine Rolle gespielt haben. Also es ist ein Instrumentarium, mit dem eigentlich viele Leute gewohnt sind, umzugehen. Aber es ist durch die vorhin beschriebene Eskalationspolitik ungleich schwerer geworden, hier zu Lösungen zu finden, weil die Interessenlagen so verworren sind. Also insofern verhalten pessimistisch. Wir bleiben an dem Thema dran, in jedem Fall. Es wird sich einiges tun in den nächsten Wochen. Herzlichen Dank erstmal für diese Einschätzung, Karl-Christian Bayer und natürlich auch Ihnen, Herr Kulitz. Dankeschön. Liebe Zuschauer, ein sehr komplexes Thema in der Tat. Aber es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber sprechen, auch in dieser Sendung. In der nächsten Sendung werden wir über das Thema Lobbyismus sprechen. Dann wird Andreas Renner von der EnBW bei uns sein. Seien Sie gespannt, wie die Strippens hier im Hintergrund wirken. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.